Liebe Kinder, meine Damen und Herren, wir bringen nun die Lausbuben-Geschichten. Helmut Keutner hat diesen deutschen Spielfilm 1964 nach der gleichnamigen Erzählung von Ludwig Thoma gedreht. Die Hauptrolle des übermütigen Lateinschülers Ludwig, der mit seinen Streichen für ständige Aufregung sorgt, spielt Hansi Kraus. In weiteren Rollen sehen Sie Gierke Tomala, Elisabeth Flickenschild und Karl Veri. Die Geburt? Du sollst nicht begehren, deine schlechten Weib, Knecht, Magd, Fieder, alles was sein ist. Ja, gut.